Willkommen zum neuen Video von JDFrogs. Heute geht es um die drei coolsten Aussichtspunkte von der Stadt Salzburg, die wir im Auto erreichen. Als erstes starten wir beim Rowpark, wo es heute sogar eine coole Attraktorausstellung gab. Ja, wirklich Europark, weil es gibt nämlich über der Hochreinparkplattform eine Aussichtsplattform vom Raufkick. Als zweites geht es wohl um die Salzburg-Klassik. Mit 1300 Metern Höhe ist es der Kreis. Musik Der Geißberg ist nicht nur ein cooler Aussichtspunkt, sondern wird auch von vielen Paragleitern als Startrampen genutzt. Musik Also, der Vosky ist jetzt markant. Musik Und zu guter Letzt, mein persönlicher Favorite. Es geht um Maria Plein. Musik Das da hinten ist der Geißberg, wo wir vorhin gerade waren. Musik So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und falls ihr sehen wollt, wo ihr auf der Festung und Salzburg wart, könnt ihr da drauf drücken. Musik 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 Musik